Ministerpräsident Horst Seehofer hat am Wochenende das Allgäuer Medienzentrum in Kempten besucht. Dort informierte er sich über die neue Druckmaschine, die in diesen Tagen schrittweise in Betrieb genommen wird. Die Allgäuer Zeitung wird dadurch nicht nur optisch aufgewertet, sie kann auch später angedruckt und noch aktueller werden. Seehofer zeigte sich beeindruckt von der Technik, die eine Weltneuheit auf ihrem Gebiet darstellt. Mehr zum Besuch von Horst Seehofer sehen Sie heute Abend bei den Kollegen von TV Allgäu Nachrichten.